Freunde, es ist passiert. Nach einem Jahr hat unsympathischer Sascha wieder mal ein Video hochgeladen. Wagt kurz Zigaretten holen. Das gucken wir uns an. Es ist ehrlich ein Jahr her, dass der Typ ein Video hochgeladen hat. Und es ist jetzt soweit. Und wir werden Zeuge von diesem Video. Und wir gucken es uns an. Geil. Rein da. So, dann bin ich vom Zigaretten holen zurück. Der hat ehrlich Kippen geholt, ich schwöre. Mal gucken, was ich so verpasst habe. Gar nichts. Gar nichts. Heute ist es wieder soweit. Heute kommt endlich ein neues Video. Es ist so krass, Sascha wieder da zu sehen. So ein Video. Es ist so geil. Ich habe es ehrlich vermisst. Liest Kommentare. Die Woche ist ja so schnell vergangen. Das heißt, ich war mal wieder unter meinen alten Videos unterwegs. Und habe die lieben Kommentare von meiner geliebten Community durchgelesen. Und ganz traditionell fangen wir an mit dem Top-Kommentar aus der letzten Episode. Let's go. Ich finde es krass, wie konsequent inaktiv du bleibst. Das ist echt krass. An dich inaktiv. Sascha hat sich an meinen Streaming-Zeiten orientiert. Weil ich streame aktuell auch nicht viel. Ich war doch nur kurz Zigaretten holen. Muss ehrlich zugeben, waren bis jetzt wirklich die stärksten drei Monate auf deinem Kanal. Mach bitte weiter so. Alex, danke, dass... Drei Monate inaktiv. Die drei besten Monate von dem Kanal. Super. Dass auch du meinen Rücken hast. Ich werde auf jeden Fall so weitermachen. Ja! Digga, ich... Diese Try-Mix-Clips jetzt schon von FIFA. Bevor FIFA überhaupt released ist. FIFA wird erst morgen released. Das ist so dumm. Ja! Vor elf Monaten. Italien! Ach, Digga, das ist... Max ist so dumm. Aber no joke. Max streamt seit drei Tagen durch und zieht eine Ikone. Digga, da würde ich auch Italien sagen. No joke. Ich würde... Ich hätte auch wahrscheinlich so Italien gesagt. Aber ich glaube, es ist Mexiko. Ich habe ja auch gar keine Ahnung. Ich kann... Digga, ich weiß nicht mal, wie viel Bundes... Doch, das weiß ich. Scheiß auf. Saschas Upload-Plan. Zwei Videos an einem Tag. Fünf Wochen Pause. Ein Video, das drei Tage zu spät kommt. Colin, ich glaube, du hast einen Reiter vergessen. Ja. Gar keine Videos mehr. Ist zu früh für solche Späße, glaube ich. Neues Profi-Video. Ich bin... Ich bin ehrlich gespannt. Weil Sascha hat jetzt wieder ein Video geplant. Ich bin gespannt, ob nächsten Sonntag wieder ein Video kommt. Oder ob jetzt wieder ein Jahr Pause ist. Ich bin ehrlich gespannt. Ich... Mal schauen. Hoffnung. Vor fünf Monaten ein neues Profi-Bild. Ein halbes Jahr kein Video, aber Hauptsache das Profi-Bild zu Carsten ändern. Freddy, komm, Bus bauen. Digga, warum hat er das überhaupt geändert? Aber no joke, das ist ein Legenden-Bild von Carsten. Es ist geil. Sorry. Ein ganzes. Ein Jahr kein Video? Das muss ja gefeiert werden. Ich sage nein zu Alkohol. Ehrlich so. Weird Champ Alkohol. Ich sage nein zu Alkohol. Muss ich das wirklich sagen? Was ist Alkohol? Ich sage nein zu Alkohol. Sassi. Ich glaube Ron sagt nicht nein zu Alkohol. Ich sage ja. Ich sage ja. Ich will das Format feiern. Inscope. Top 10 Chats mit seinen One... Das lese ich lieber nicht vor. Wie heißt Dena, wenn er Hausverbot bekommt? Mehr Anzeigen. Felix vor dem Laden. Was ist denn? Halt. Ich kann nicht mehr. Sascha bitte keine Videos mehr. Die Kommentare sind zu Ass. Das fangen wir gar nicht erst an. Das fangen wir gar nicht erst an. Das fangen wir gar nicht erst an. In dem nächsten Kommentar brauche ich ein bisschen düstere Stimmung. Dankeschön. Ich bin jetzt mittlerweile so weit, dass ich mir Videos von vor zwei Jahren anschaue. Oh nein, der Arme. Der wartet jeden Tag auf ein neues Video von Sascha. Jeden Sonntag sitzt er da und es kommt nichts. Aber er wurde erlöst. Jetzt ist ein neues Video da. Die ich vergessen habe, damit es mir so vorkommt, als hätte Sascha ein neues hochgeladen. Der Arme. Danke dir Bruder. Leute tun so, als ob ich ewig lang weg gewesen wäre. Yo Sascha, in der Zeit habe ich jetzt ein Kind bekommen. Digga, er war ein Jahr weg. Digga, was in einem Jahr passieren kann, ist krass. Actually bin ich in einem Jahr ein Kind bekommen. No joke. Ich bin zum Kindergarten gebracht. Mein Kind hat einen Abschluss, hat geheiratet. Ich wurde Opa. Ich liege unter der Erde. Ich schreibe diesen Kommentar von dem Himmel. Es deckt der Tod. Danke Frank. Bitte. Danke Frank. Wer ist Frank? Ist Frank Saschas Cutter oder Kameramann? King. Sonntag 18 Uhr. Der pünktliche Boss am Start. Weil ich ein Macher bin. Was denn? Trink erst mal eine Vita, Wade. Digga, ich liebe diesen Gag. Was geht's los? Ey Sascha, bring mal den Müll raus. Oh. Das war es dann auch wieder. Ey, ich finde by the way, diese AirPods. Sind das AirPods? Das sind ja Apple-Kopfhörer. Ich glaube, das sind die besten AirPods. Ich finde die so scheiße, Digga. Das sind ja keine AirPods mehr, das ist ein Headset. Ich feier die gar nicht. Nee, heute fände ich nicht auf dem Sofa. Sascha, wir brauchen dich. Wir vermissen dich. Wir brauchen deine Videos. Aber er ist wieder da. Das einzige, was bleibt, sind Nikos Videos, welche mir pro Sekunde 10 Gehirnzellen abblühten. Guter Kontrast, du. Die ersten Boxe-Shorts, die ich dabei hatte, habe ich drei Tage lang getragen. Bitte, komm zurück und helfe deiner forlorenen Community, welche alleine in den Weiten des Internets umherirrt. Und lieber Tobi, da habe ich heute nur für dich eine Überraschung dabei. Wo ist er eigentlich schon wieder? Spätestens jetzt hat er wirklich keine Gehirnzellen mehr. Lad doch was hoch jetzt. Justin, ich arbeite doch schon dran. Digga, als ob da so mit so einem Bauarbeiterhelm vorm PC sitzt und das Video cuttet. Was ist mit Luca passiert? Luca, dem wird es schon gut gehen. Jo Leute, was geht und willkommen zu meiner neuen Roomtour. Achso, war Luca sein Cutter. Ne, Luca war der Kollege, der die Dinge rausgesucht hat, oder? Ähm, die Fragen. Der Arme, der hat keinen Job gehabt für ein Jahr. Vater ist eher mit der Milch zurück, als dass mal wieder das nächste Video kommt. Und, wer war schneller? Sascha ist noch stabil im No-Nois-Video-November dabei. Mehr Anzeigen. No-Nois-Video-September, äh, November. Update zwei Monate später. Digi, du hast den NNVN durchgehalten. Respekt. Lad bitte weiter so regelmäßig hoch. Schlecht, Sascha. So ist es für uns alle sehr angenehm. Kein Ding. Update vier Monate später. Wir sind sehr stolz. Wenn du so weitermachst, hältst du auch den Fern-Vom-Hochladen-Februar durch. Fern-Vom-Hochladen-Februar. Ab denn, sechs Monate später, hat er heute kurz Angst, dass als April-Scherz ein Video kommt. Digi, der Typ aktualisiert jedes Mal diesen Kommentar und schreibt da noch ein Brett hin. Das ist so geil. Zieht Sascha auch noch den Absolut-Kein-Video-April durch. Absolut-Kein-Video-April. Von was er spricht. Update circa ein Jahr später. Jungs, schnallt euch an. Bald geht es wieder los. Und dann wieder jeden Sonntag. Heute kommt kein Video. Ja, guck mal, er hat die Caps schon auf. Ich bin, no joke, ich bin wirklich gespannt, ob jeden Sonntag ein Video kommt. Es wäre krass. Es wäre ehrlich krass. No joke, es wäre wirklich krass. Nicht nur, dass der Bruder jeden zweiten Monat zurückgekommen ist, um seinen Kommentar zu updaten. Nein, er glaubt auch nicht dran, dass ich nicht jeden Sonntag ein Video hochlade. Ich habe die Challenge akzeptiert. Wenn ich es nicht schaffe, glatze. Oh, Sterling, nice. Er ist, glaubt, ganz gut, oder? Der hockt da, macht Pivi verpöx auf und für ein scheiß Ries oder steilet ihm die Haare. Kostet Quantan, Chef? Also diesen Sonntag laden ich aber nicht hoch. Ja, ich bin, es wäre, ich sage ehrlich, Sascha muss wieder in diesen YouTube-Grind so ein bisschen zurückkommen. Aber ich weiß, wie, also keine Ahnung. Jo, Sascha, wo bleibst du? Ich bin beim Fantreffen. Leute, macht mal Lärm. Ja, aber voll krass aufwendiges Video. Der hat so verschiedene Cutscenes und so, auch vorne, wo er so durch den Gang gelaufen ist. Krass, gutes Video. Irgendwie ist keiner da. Schade. Das waren einfach bis jetzt die besten elf Monate meines Lebens. Mann, Digger. Da hätte ich auch keine Motivation, wieder ein Video zu machen. So viel Liebe bin ich gar nicht gewohnt. Hallo, Isa. Oh, die Couch. Saschas Videos sind so regelmäßig wie der Stuhlgang bei den älteren Herrschaften da draußen. Bei Monti oder was? Opa Micky ist der beste Micky. Ich finde es gut, wie Sascha bei Knossi das Bild nicht geändert hat, sondern normal gelassen hat. Und alle anderen haben so mit Face-App so Rentner-Gesicht. Ich verlose diesen Rentner. Und an der Stelle bin ich... Oh, das habe ich vermisst. Wieder komplett raus. Vor dieser Aussage habe ich auch selber Angst bekommen. Ich schwöre, das ist krass gerade gewesen. Das war gerade wirklich ein magischer Moment. No joke. Das war magisch. Das war magisch. Können Sie sehr gerne einen Daumen nach oben belassen. Falls ihr daheim noch Tinder-Chats, Insta-Chats oder sonstige Chats rumfahren habt. Ich habe keine Chats, denn mit mir schreibt keiner. Wir gucken weiter. Bitte diese an diese E-Mail-Adresse hier. Nach einem Jahr können diese Chats ganz übel werden. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Wenn es wieder heißt. No joke. Ich bin wirklich gespannt, ob nächste Woche ein Video kommt. Und ich fände es krass. Dann haben wir den World Wide Walk Nummer 1. Das ist die Creme de la Creme der deutschen Twitterer, Twitcher, TikToker, Snapchatter. Und mit der... Was war das für ein Papa-Platte? Twitcher, TikToker, Snapchatter. Bin gerade aufgehört und habe gesehen, dass du noch kein Bild geschickt hast. Haha, Dings, da kommt noch eins, oder? Hehehe. Small Kevin. Chatter. Und mit dabei, mein guter Freund... Ey, das wird krass. Nossi. Ja! Trimax. Ja! Montana Black. Aber sie haben auch unsympathisch TV. Der sieht so aus, als schafft das nicht bis zum 12. November. Oh. Das war's. Haha, Rohat, Digger. Ey, no joke. Krasses Video, no joke. Ich bin wirklich froh, dass Sascha wieder zurück ist und wieder Videos macht. Wichtig gutes Video. Moin, Max. Ey, gutes Video. Bang on. Sascha, Kambik is real.